Hallo ihr Lieben, wir starten in dieses Video heute mal mit einer kleinen Frage an euch. Und zwar, was denkt ihr ist das Fach, womit die meisten Schüler in der Schule strugglen? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Und das ist gleichzeitig auch das Nachhilfefach Nummer 1. Und zwar handelt es sich dabei um, ich hoffe ihr habt es in die Kommentare reingeschrieben, denn ich löse es jetzt auf, um Mathe. Und ich glaube, die meisten von euch haben es richtig erraten. Vielleicht betrifft es auch dich selber und vielleicht fragst du dich auch, warum ist es so? Und dieser Frage gehen wir in diesem Video mal auf den Grund. Und ich verrate dir die 5 wichtigsten Anhaltspunkte, die ich so in den letzten Jahren durch die Arbeit mit Schülern so herausgefunden habe für mich, woran es liegen kann, dass so viele Schüler schlechte Mathe sind. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Der erste Grund, warum so viele Schüler Probleme in Mathe haben, ist, dass sie irgendwann den Anschluss verloren haben und sozusagen das Grundverständnis und die Basics nicht drauf haben. Denn Mathe ist ein Fach, in dem alles aufeinander aufbaut, also wie so ein Baukastenprinzip sozusagen. Und wenn du irgendwo eine Lücke hast, dann hast du kein richtiges Fundament. Und wenn es weitergeht in den Themen, in den höheren Klassen und dir fehlen die Basics, dann hast du kein starkes Fundament, auf dem du aufbauen kannst. Und dann wird das Ganze irgendwann in sich zusammenbrechen, wie wenn du zum Beispiel so ein Haus hast und hast ein bröckeliches Fundament. So kannst du dir das vorstellen. So ist es dann auch in Mathe. Deswegen ist es super wichtig, wenn du merkst, dass du in Mathe nicht mehr mitkommst und irgendwie Probleme hast, neue Themen zu verstehen. Geh den Step zurück und versuch dir die Basics nochmal beizubringen. Und notfalls fang in der ersten Klasse nochmal an. Denn da wird das Grundverständnis für Zahlen auch gesetzt. Und wenn da Lücken sind mit Kopfrechnen, mit Mal und Geteilt und Bruchrechnung vor allem, auch Grundverständnis, Prozentrechnung, Klammerrechnung und so weiter. Rechenhierarchien auch ganz wichtig. Wenn das alles fehlt, dann kannst du natürlich auch komplexere Aufgaben nicht lösen und wirst irgendwo immer an irgendeine Stelle kommen, wo du das nicht mehr richtig verstehst, was du machst. Und eventuell in so einen Autopilot reinfällst, weil du einfach das nachmachst, was der Lehrer so macht. Ja, das ist auch ein Grund, warum viele so schlecht sind. Weil sie da dann dieses Verständnis nicht haben, warum sie genau diese Rechnung machen. Und anstelle dessen, dass sie wirklich verstehen, warum sie die Rechnung machen und das richtig mal hinterfragen und wirklich mal tiefer einsteigen in das Thema, machen die meisten Schüler einfach nur alles, was der Lehrer da vorne macht und wundern sich dann, wenn eine andere Aufgabe kommt und sie das gleiche wieder machen, dass es vielleicht nicht richtig ist. Und ja, das ist der Grund davon. Also wirklich, die Basics müssen sitzen, ansonsten verlierst du den Anschluss und ja, dann weißt du, was du es helfen kannst. Also die Basics. Der zweite Grund schließt sich dem jetzt an und zwar ist das, dass die meisten Schüler keinen Spaß an Mathe haben. Und das ist auch komplett verständlich, wenn man die Basics nicht kann, wenn man da kein Grundverständnis hat und man die ganze Zeit im Unterricht sitzt und einfach nur irgendwie Druck hat oder Angst hat einfach auch, dass man zum Beispiel drangenommen wird vom Lehrer und da einfach komplett dicht macht. Also ist sozusagen auch der erste Step, Spaß wieder zurückzuholen ins Lernen. Und das kannst du mit verschiedenen Sachen machen. Zum Beispiel kannst du bei Kleinigkeiten anfangen und dir zum Beispiel schöne Farben einfach erstmal mit dazu holen, dass du zumindest diese Überwindung nicht so krass hast, dich da an die Mathe-Sachen ranzusetzen. Also mach dir eine Mathe-Sachen erstmal schön und dann gehst du Step by Step in die Motivation rein und versuchst auf der Ebene zu lernen, dass du wirklich auch Spaß entwickeln kannst beim Mathe-Lernen. Denn das ist möglich. Das geht. Du musst nur den richtigen Weg für dich finden und diese innere Blockierung für dich auflösen. Denn wenn du blockiert bist und eventuell auch in Angst bist, dann ist klar, dass dein Gehirn nicht aufnahmefähig für den Lernstoff ist. Und das ist auch der erste Anhaltspunkt, mit dem ich im Coaching arbeite, wenn Schüler zu mir kommen, die wirklich richtig krass Probleme in Mathe haben und direkt schon dicht machen, wenn sie auch einfach nur dieses Wort hören und einfach entweder Angst hochsteigt oder Frustration und was da alles für negative Emotionen einfach mit verbunden sind. Es gilt als erstes, diese negativen Emotionen halt aufzulösen und das schaffst du nur, wenn du Spaß mit da reinholst. Und genau, das ist das Erste, wo ich mit meinen Coaches immer ansetze, wenn sie so komplett blockiert sind. Denn dein System muss offen sein dafür, bevor du überhaupt anfängst, dir die Theorie anzugucken oder auch die Basics. Also eigentlich ist das der erste Tipp, ja. Bevor du Tipp 1 mit den Basics anfängst zu starten, müsstest du eigentlich jetzt mit Tipp 2 anfangen und den Spaß erstmal zurückholen und versuchen, dir das erstmal so angenehm, wie es geht, zu machen und die Überwindung so klein, wie es nur geht, zu machen, damit du dich überhaupt da ransetzt und dein System erstmal offen ist für diesen ganzen Lernstoff. Diese innere Blockade und die Angst kann aber auch von was anderem herkommen und das ist jetzt Grund Nummer 3 und zwar von deinem Umfeld, eventuell von deinen Eltern. Kannst du mal überlegen, wie denken deine Eltern über Mathe oder was haben sie so für eine Einstellung über Mathe. Die müssen das noch nicht mal gesagt haben, dass sie vielleicht Mathe blöd finden oder Probleme mit Mathe haben, aber unbewusst transportieren sie diese Sachen auch auf dich und daraus entwickeln sich dann Glaubenssätze und da wird es dann umso schwerer, einen Zugang wirklich zur Mathematik zu finden und genau das Gleiche kann auch durch Freunde sein, durch Mitschüler oder auch irgendwie durch Lehrer verursacht werden. Wenn Lehrer zum Beispiel irgendwie dir sagen, du wirst sowieso nie gut in Mathe sein oder du bist sowieso eine Niete oder ein Versager oder was auch immer, versuch mal solche Sachen für dich erstmal bewusst zu machen. Also versuch mal darüber nachzudenken, okay, was sind so Leute in deinem Umfeld, die mit Mathe was zu tun haben oder die überhaupt mal mit Mathe was, über Mathe mal was gesagt haben. Zum Beispiel deine Eltern, nimm dir mal ein Blatt Papier, schreib es einfach mal auf. Was denkt dein Papa über Mathe, deine Mama über Mathe, vielleicht deine Großeltern, deine Geschwister, deine Freunde, geh die einfach mal alle durch, deine Mitschüler, deine Lehrer. Was wird dir da vielleicht von außen irgendwie in deinen Kopf reingepflanzt? Natürlich unbewusst alles, ja, was aber unbewusst halt in deinem System da quasi drinnen rumhängt und dir vielleicht den Zugang zur Mathematik versperrt. Also das kann auch ein Grund sein, warum Schüler schlechte Mathe sind, dass einfach das Umfeld diese Vibes quasi in einen so reinmachen, unbewusst und man deswegen, ja, innerlich auch dicht macht einfach. Denn wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen und dazu gehören halt als Kind einfach mal unsere Eltern und unsere Eltern sind diejenigen, die uns sozusagen formen, wenn wir ganz klein sind, denn wir sind auf die Eltern angewiesen. Aber das ist jetzt Psychologie, da gehen wir jetzt nicht zu sehr drauf ein. Mach dir einfach bewusst, dass dein Umfeld extrem Einfluss auf dich hat und was vielleicht von diesem Einfluss daran schuld sein könnte, sage ich jetzt mal, dass du vielleicht schlechte Mathe bist. Muss nicht sein, aber kann theoretisch sein. Und da wir gerade schon von Lehrern sprechen, machen wir damit direkt weiter, denn das ist Grund Nummer vier, weswegen viele Schüler schlechte Mathe sind und auch keinen Bock auf Mathe haben, denn natürlich hängt auch sehr, sehr viel am Lehrer. Das kann einmal die Sympathie sein, dass man eventuell mit dem Lehrer nicht klarkommt. Wenn das der Fall ist, dann sollte man für sich selber versuchen, das zu reflektieren und zu trennen von dem Unterricht, den der Lehrer gibt. Denn das eine ist die Arbeit von dem Lehrer und das andere ist die Persönlichkeit von dem Lehrer. Also wenn du dich damit angesprochen fühlst, wenn du jetzt Struggles in Mathe hast, dann versuch wirklich in deinem Kopf diesen Cut zu machen. Okay, das eine ist die Persönlichkeit und das andere ist wirklich das Wissen, was er versucht zu vermitteln und die Arbeit, die der Lehrer macht. Und das ist das Nächste. Das ist eigentlich Grund Nummer vier, was ich ansprechen wollte hier. Okay, denn die meisten Lehrer können einfach nicht erklären. Ja, das höre ich von so vielen Schülern, dass die Lehrer einfach nicht erklären können. Oder sagen wir so, die meisten Lehrer können es nicht schülergerecht erklären und Lernenden gerecht. Und viele können die Regeln gar nicht richtig in Worte fassen, die die Schüler eigentlich brauchen, damit sie Mathe besser verstehen können. Und wenn die Schüler dann nachfragen und den Lehrer bitten, es nochmal zu erklären, was machen die Lehrer dann? Die erklären das genau auf dieselbe Art und Weise. Und wenn der Schüler fünfmal nachfragt und der Lehrer erklärt es fünfmal auf die gleiche Art und Weise. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Ein Lehrer muss es natürlich drauf haben, Sachen aus verschiedenen Blickwinkeln zu erklären und auf unterschiedliche Weise auch jeweils zu erklären. Und da kommt auch noch was ins Spiel, was in den Schulen sowieso zu kurz kommt, dass Schüler auf ihrer individuellen Ebene unterrichtet werden. Denn ich bin der Überzeugung, jeder kann Mathe verstehen. Und ich weiß es auch, weil ich mache das seit 15 Jahren. Und selbst Schüler, die am Anfang bei mir im Coaching gedacht haben, sie können es nicht verstehen, verstehen es dann doch auf einmal. Denn man muss einfach andere Lernmethoden und andere Erklärweisen und so einfach mit reinholen. Und wie gesagt, das auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven erklären. Und das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass die Lehrer ihr Fach nicht beherrschen. Denn die meisten Mathelehrer, wirklich, glaube ich ganz fest dran, sind fachlich super. Und die können das, was sie machen. Aber die haben halt einfach keine richtige Motivation und keine richtige Leidenschaft dahinter, dass sie diesen Drive haben, wenn ein Schüler kommt und sagt, ich verstehe das nicht, das dem Schüler auf verschiedene Art und Weise einfach zu erklären und das als Herausforderung sehen, bis der Schüler das wirklich verstanden hat. Und das ist natürlich aber auch ein Aspekt, der auch auf die Schule bezogen ist. Denn natürlich kann man als Lehrer, der vielleicht von der Klasse mit, lass es einfach auch nur 20 Leute sein, 20 Schüler sein, die da drin sitzen, kann der Lehrer natürlich nicht auf jeder Ebene für jeden Schüler das so gerecht erklären, dass es jeder Schüler versteht, sondern er muss natürlich einen grundsätzlichen Ansatz für alle irgendwie finden. Aber das Problem ist halt, der Lehrer hat keinen richtigen Zugang zu den Schülern. Das ist was, was ich aber im Coaching habe. Und ich kann mit jedem Schüler individuell daran arbeiten, dass der Schüler auf seine Art und Weise auch alles versteht. Und die fehlende Motivation der Lehrer und die fehlende Leidenschaft der Lehrer für ihr Fach, oder sie können es zumindest nicht rüberbringen, vielleicht haben sie auch Leidenschaft und Motivation, aber es kommt halt bei den Schülern dann nicht an, ist auch der Grund dafür, warum viele Schüler dann auch selber keine Motivation haben. Denn wenn man selber keine Motivation hat für irgendwas, wie soll man es dann von den Schülern erwarten, dass sie da motiviert im Unterricht sitzen? Das macht auch keinen Sinn. Das ist, glaube ich, auch verständlich. Das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der fehlenden Empathie von einigen Lehrern, die sich gar nicht so richtig in die Schüler hineinversetzen können und es richtig verstehen können. Und für viele Schüler ist natürlich dann auch wichtig zu wissen, okay, warum mache ich das Ganze? Und viele Lehrer können es halt auch einfach nicht vermitteln. Warum müssen die Schüler jetzt Mathe lernen? Denn es gibt Gründe dafür, warum Mathe wichtig ist. Aber darüber sprechen wir nicht in diesem Video, sondern in dem anderen. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare unten rein. Und wir machen jetzt weiter mit dem letzten Punkt, mit dem letzten Grund. Und zwar mit Grund Nummer 5 und das bist du selbst. Denn du kannst natürlich nicht deine komplette Verantwortung abgeben. An die Schule, an die Lehrer vor allem oder an die Eltern von Punkt Nummer 3 vom Umfeld. Also du kannst natürlich nicht sagen, okay, mir wurden die Basics nicht beigebracht, mir wurde nicht der Spaß vermittelt. Andere haben mir irgendwelche Glaubenssätze in den Kopf reingepflanzt, dass Mathe irgendwie blöd ist oder sowas. Der Lehrer kann nicht erklären. So what? Also ich kann halt kein Mathe. Okay, dann ist es halt so. Das ist natürlich keine hilfreiche Einstellung, um tatsächlich besser zu werden oder auch für dein ganzes Leben danach. Denn wenn du wirklich besser werden willst in Mathe, dann musst du in deine Eigenverantwortung kommen und die Sache selbst in die Hand nehmen und dir eventuell Hilfe mit dazu holen. Du kannst auch zu mir ins Coaching kommen, wenn du von mir in Mathe lernen möchtest. Oder du lernst mit deinen Mitschülern, die besser sind in Mathe. Oder suchst du jemand anders eine Mathe-Nachhilfe oder sowas. Oder du kannst auch mal zu deinem Lehrer hingehen und einfach mal fragen, was du vielleicht tun könntest, ob er ein paar Tipps für dich hat, damit du besser wirst in Mathe, damit du das besser verstehst. Wichtig ist, dass du das selber in die Hand nimmst, denn nur du bist für deine Zukunft verantwortlich. Und vielleicht, wenn du jetzt die Verantwortung abgibst, vielleicht in ein paar Jahren, überleg mal, vielleicht denkst du dir dann, oh Mann, hätte ich das mal gemacht. Um Mathe wirst du nicht drum rum kommen, denn selbst bis zum Abitur musst du Mathe belegen. Eventuell musst du sogar eine Mathe-Prüfung machen, eine Mathe-Abitur-Prüfung. Oder auch später, wenn du studierst, du wirst in fast jedem Studienfach Mathe mit dabei haben. Oder wenn du vielleicht auch nicht studierst und du gehst mit einem Realschulabschluss von der Schule und gehst in eine Ausbildung. Selbst da kommt Mathe wieder mit dazu. Also um Mathe kommst du nicht drum rum. Da lohnt es sich wirklich, mal Arbeit rein zu investieren. Und wenn du es jetzt selbst in die Hand nimmst, dann wirst du es später nicht machen müssen. Denn je länger du wartest, desto mehr wird sich quasi, denk an das Baukastenprinzip, quasi anstauen, an Stoff, den du dann entweder verpasst und nicht verstehst und schlechte Noten bekommst und den dann selber erarbeiten musst. Das sind die fünf wichtigsten Gründe, die ich aus meiner Erfahrung in den Coachings mit Schülern quasi immer wieder sehe. Und wenn du noch mehr Gründe hast oder dir noch irgendwas einfällt oder du irgendwas noch ergänzen möchtest, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.